Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Leute. Ich hoffe ihr seid alle wach für Gewinne oder beziehungsweise um Gewinne zu säen oder auch Verluste. Grüße erstmal zusammen. Wir schauen mal nach wie die Möhre heute läuft. Ich hoffe der eine oder andere hat ein bisschen was abgeschmeckt in Sachen Gewinne. Ja Wetter ist ein bisschen milder geworden. Hier in NRW also es bewölkt und ja die Sonne ist nicht am Ballern ein Glück und ich nicht mehr so schwöre. Wollen wir noch in den Joggen gehen draußen. Ok. Schöner Start mal 3 auch. Mal auch nochmal dass es gut abgeht. Ja, sieht schon mal lecker aus. Jawoll schön. Das ist ja schon ein brachialer Start. Jetzt erstmal auf der Grunde 3 mit Multiplikator 3. Also mal 3 ist schon mal sehr gut. Ich hoffe dass er jetzt nicht schlapp macht. Das wäre ja dann. Boah, dann merkst du sofort den Unterschied der Gewinne. Mal 3, das ist schon. Doch er macht schlapp. Also Level fehlt eigentlich nicht, dass er dann noch einmarschiert. Aber trotzdem die Gewinne sind schon akzeptabel. Schöner Rutsche am Anfang jetzt hier. Vorletzte Runde. Jetzt der Drops gelutscht. Ja, er steht einfach zu groß, zu scheißig da in der Ecke. Schade, wenn der Wagen jetzt nochmal reingekommen wäre, dann wäre es eine richtig fette Sache gewesen. Ok, ja. 30 Uhr abziehen. Etwa so 70 Euro hat man da noch gewinnen. Schöner Start. Könnt ihr jetzt natürlich schon Feierabend machen. Aber das werde ich diesmal nicht tun. Und werde dann noch weitergehen. Ist mir noch ein bisschen zu dünn. Wir schauen mal nach. Ob es da noch einen kleinen Nachschlag gibt, sagen wir mal so. Ich drehe ihn mal schnell. Wie gesagt, für den einen oder anderen, der mag ich es vielleicht nicht so mögen. Die erste Runde mache ich dann immer schnell, weil das kostet Zeit. Und da passiert auch nicht viel drin. Ich kann ihn mal nur ungefähr so 20 Minuten hier aufnehmen. Dann bricht er immer automatisiert ab. Das ist das Problem. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu schneiden. Weil er dann manchmal solche Aufnahmen, die dann zusammengebunden werden oder verschweißt werden, leicht, wie soll man sagen, zerschießt. Abziehen dann manchmal die Krampen und sowas. Deswegen mache ich das dann halt immer. Versuche das alles in so einer 20 Minuten Schlempf unterzubringen. Ok. Könnte man natürlich über Schneideprogramme über den PC noch machen. Aber das ist mir alles zu aufwendig. Ich habe keinen Bock drauf, bin ich zu faul, muss ich sagen. Da kommt vier. Kommt. Jawoll. So. Dann haben wir schon mal zwei. Dann kommt das immer ganz elegant in Runde zwei. Ja. Schön. Hammer. Oder marschiert gut vor, aber hat kein Multiplikat. Habe ich jetzt angeknipst? Nee. Das hätte ich nicht gemacht. Aber jetzt ist noch alles möglich. Jetzt kommen wir auch rein. Jawoll. Jawoll. Level vier ist im Anmarsch. Kann trotzdem noch ein bisschen Asche bei rumkommen. Jawoll. Aber jetzt sieht es natürlich nicht schlecht aus. Na komm. Boah. Scheiß Gewinn. Schlechter Gewinn. Ja. Übel kombiniert. Da muss ich schon die Rothaarige rein platzen. So wie jetzt hat das auch, glaube ich, gemacht. Auch nicht schlecht. Jetzt könnte vielleicht auch nochmal der Wagen kommen. Der Bonuswagen. Letzte Spiel. Schade. Ja. Da habe ich schon mal gedacht. Dass er die Kimme dazu macht. Ja. Und kommt er jetzt? Er kommt nicht. Er kommt nicht. So Leute, ich mache jetzt den Arsch hier zu. Diesbezüglich, weil ich bin mit 760 gestartet und mit 970 drauf. Ich mache Feierabend. Weil ich glaube nicht, dass ich da noch mehr gewinnen werde. Reicht mir erst mal. Ich würde sagen, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich auch viel Glück. Ich habe damit mit dem Weitermachen bei solchen Sachen unwahrscheinlich viel Geld verschossen. Das werde ich jetzt nicht mehr machen in die Zukunft. Und breche bei solchen Gewinn dann sofort auch ab. Das reicht mir vollkommen aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und natürlich auch viel Erfolg. Und nicht vergessen, meinen Kanal auch zu abonnieren. Und auch wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, in meine WhatsApp-Gruppe mal reinzuschauen. Der Link wird unter dem Video gepostet. Viel Glück noch für euch Leute. Ciao.